Herzlich Willkommen auf Revitec. Diese Maschine macht wunderbaren Kaffee, wie auch immer Sie ihn bevorzugen. Entdecken Sie jetzt den kompakten Krupps Vollautomaten mit einem neuen, intuitiven LC-Display und weiteren hochwertigen Ausstattungsmerkmalen. Das patentierte Compact Thermoblock-System, die individuellen Programmiermöglichkeiten und das Favoritenmenü sorgen für einen Profi-Kaffee-Genuss. Ideal für verschiedene Kaffee-Variationen ob mit oder ohne Milch. Dank der automatischen Cappuccino plus Milchdüse mit Ansaugfunktion und Milchbehälter aus Edelstahl ist eine Aufschäumung direkt in der Tasse möglich und sorgt für perfekten Milchschaum. Für eine lange Lebensdauer ist dieser Kaffee-Vollautomat mit einer hochwertigen Brühgruppe mit Edelstahlkammer ausgestattet und sorgt mit einem hocheffizienten Selbstreinigungssystem für eine vollautomatische Reinigung inklusive Brühgruppe. Falls dir das Video gefallen hat würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.